Ihr habt Interesse an diesem oder anderen günstigen Spielen? Schaut mit dem Link in der Videobeschreibung bei Gamesplanet vorbei. Achtung, Achtung, Top-Informationen! Hier wird sich jetzt etwas ändern und zwar nicht wundern, wenn ihr in euren Abo-Feed reinguckt. Dort steht ab sofort nicht mehr JulePeace72, sondern JulePeaceTVGaming. Meine Damen und Herren, ich habe den Kanal umbenannt. Ihr habt ihn um sie abgestimmt mit deutlicher Zustimmung, dass wir ändern sollen. Und damit habe ich mich dann auch dazu entschieden und ab sofort heißt es JulePeaceTVGaming. Und ja, ich würde sagen, danke, dass ihr alle da seid. Mit JulePeaceTVGaming geht es jetzt ab sofort weiter. Also der Kanal heißt jetzt noch JulePeaceTV und ja, die anderen Kanäle werden mit der Namensänderung bald folgen. Und ja, schreibt mir eure Meinung und eure Kommentare dazu einfach in die Kommentare. Bis dann! Tschüss!